Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Ich habe mich ein bisschen unentschieden, wir werden jetzt keinen Trip schmeißen, sondern wir werden eine weitere Story-Mission angehen. Da wir ja bald mit Akt 2 fertig sind, habe ich mir gedacht, komm. Wir können ja mal schön ein bisschen die Story weitermachen und dann demnächst erstmal den Wegpunkt wegmachen. Und demnächst halt dann weiter mit den anderen Rotz machen. Wir haben da, wie gesagt, da ist noch echt viel zu tun. Da gibt es noch einiges, was man machen kann. So. Die gute Clara sitzt da immer noch. Okay, dann muss ich wohl selbst da rein. Bist du verrückt? Selbst wenn du da reinkommst, hilft es uns nicht. Es ist verschlüsselt. Was erwartest du von mir? Damien hat Nicky. Soll ich ihm sagen, behalte sie ruhig? Natürlich nicht. Das habe ich nicht gesagt. Aber er spielt mit dir. Ja, ich werde es ihm nicht geben, bevor ich nicht weiß, was es ist. Man kann Damien nicht trauen. Das weiß ich. Also gut. Lass uns eins nach dem anderen angehen. Okay? Wenn ich die Infos beschaffe, kannst du sie entschlüsseln? Nein. Das ist zu hoch für mich. Und wer dann? Was ist mit diesem... diesem Verrückten? Tobias, der hat doch hier gearbeitet. Okay, das wäre ein Anfang. Okay, aber wir müssen diskret sein. Ich weiß, wie man diskret ist. Hm. Sorry. Okay. Okay. Wow. Wow. Raymond Kenny. Das ist unser Mann. Er war ein Software-Ingenieur und am Start von CTOS beteiligt. Von ihm ist die Verschlüsselung. Der Autor hat bestimmt eine Backdoor. Er kann es dann schlüsseln? Kenny ist verdammt gut. Dieser Raum ist bestimmt von ihm. Er ist genial. Nein, er ist eine Legende. Und Legenden sind nicht einfach zu finden? Er ist untergetaucht. Über ein Jahr hat man nichts von ihm gehört. Da muss er ja sein. Müsste. Okay. Jeder hat seine Online-Geschichte. Da fangen wir an. Wir suchen seinen letzten Aufenthaltsort und sehen weiter. Er ist seit einem Jahr weg. Da gibt es noch eine Spur? Da. Er hat seine Spuren sehr gut verwischt. Aber er ist mehrmals durch einen Standort gebaut. Wir verfolgen es zurück und finden den Ort. Theoretisch, ja. Du musst den Ort erreichen und mich mit dem Computer verbinden. Dann starte ich die Suche aus dem Bunker. Und wir haben Ken. Hm. Na dann. Wollen wir im Alter? Ist das fertig? Ja, porten kann ich mich wahrscheinlich leider nicht. Wir sind ja in einer Mission und da geht doch was ja nicht. Ich finde das immer noch ziemlich geil, muss ich sagen. Auch wenn man hier irgendwie ganz wenig sieht, dann muss mal einer hier die Scheiben putzen. Ganz schön dreckig. So, wir haben das jetzt gemacht. Das gehört mit... Warte mal, Alter. Das ist aber ganz schön... Kann ich mich hier... Nee, scheiße. Jetzt muss ich den ganzen Weg da hinfahren. Wenigstens haben wir hier eine Karre stehen. Das ist schon mal was. Bin ich mal gespannt. Ist das dieser... Äh... Naja, dieser Opi? Naja, dieser etwas ältere Mensch. Ne? Mit den geilen Haaren und dem geilen Bart. Weiß ich nicht. Hä? Nein! Wenn wir Kenny aufspüren, musst du vorsichtig sein. Er ist ein sehr gefährlicher Mann. Gefährlich, ja. Und seine Geschichte? Er ist ein Bloom-Whistleblower. Oder ein Cyber-Terrorist. Ach... Je nachdem, wen man fragt. Er übermittelte seine Nachricht mit einem Stromausfall im Staat New York. Ich erinnere mich. 2003. Nicht nur New York. Das war fast der ganze Nordosten. Es kam auch ein paar ums Leben. Er tötete elf Menschen. Sie nannten es einen Softwarefehler. Und was war seine Nachricht? Kenny versuchte, alle zu warnen. Er traute niemandem bei Bloom intern. Aber ich glaube nicht, dass er mit Toten rechnete. Jetzt versteckt er sich. Und wir sind dabei, ihn zu finden. Dein Zielort ist der Endpunkt von Ramons letztem Signal. Und Hacker verstecken ihre Standorte, indem sie ihre Pakete durch Botnetz routen. Ja, ist ein guter Trick, hab ich schon mal gemacht. Wahrscheinlich leitet er sein Signal um den halben Globus. Wenn das Signal in China oder sonst wo in der Welt endet, haben wir ein Problem. Nein, er ist hier. Egal, ob er untergetaucht ist. Kenny hat für Bloom gearbeitet. Und irgendetwas sagt mir, dass er in der Nähe bleiben wird. Vielleicht. Aber wenn er sich in Chicago aufhält, warum war es so ruhig um ihn? Er ist nicht der Typ, der abwartet und Tee trinkt. Er hat Menschen auf dem Gewissen. Ist sich ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Ein guter Grund unterzutauchen. Das war sehr Premium, würde ich mal sagen. Das war außerordentlich Premium. Das ist voll blöd. Warum kann ich das nicht einfach so kaufen? Weißt du, ich kann zwar hier sagen, ja komm, mach mal vier Stück, mach mal voll. Aber er macht immer nur einen. Totaler Bullshit, ey. So. Was haben wir noch? Jam Coms, mach mal auch voll. Das war's, ne? Alles klar. Hau rein. Also ich fand das super geil. Ich dachte, die Brücke wäre noch normal so ausgefahren. Aber weiß ich es leider nicht. Das war blöd. Also ein Scheiß. Ich wollte da schön drüber brettern. Das Problem ist, dass diese Pfeile mich total irritiert haben gerade. Weil ich dachte, okay, wenn die Pfeile da sind, muss ja auch eine Straße da sein. Wäre ja sonst Quatsch. Ah ja, falsch gedacht. Jetzt brauche ich hier irgendwie eine Karre. Moment, warte mal. Ach, das ist so ein Bullshit, weißt du? Kack. Aber stimmt, ich kann ja die fixe Aufträge hierüber auch einfach machen. Man muss die ja gar nicht da so annehmen. Eigentlich auch nicht schlecht. Na ja, egal. Wir brauchen erstmal eine Karre. Und die haben wir hier. Ich muss jetzt mal kurz gucken, ob die die Bullen rufen will. Ich glaube nicht. Dann ist gut. So, dann können wir uns auch endlich mal auf den Weg machen. Zu Mr., ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ist es dieser T-Bone, also der mit dem langen Bart, dem geilen Bart und den geilen Haaren? Ich weiß es nicht. Ich denke, wir werden es irgendwann erfahren. Vielleicht demnächst. Das wird wahrscheinlich eher wieder so eine Mission. Na, wir müssen dahin, dahin, dorthin und so. Und werden wir wahrscheinlich nicht sofort finden. Das wäre auch ein wenig zu simpel. Würde ich mal behaupten. Ups, 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 ups. Du, PS. Sag ich dann mal. Uppala. Das ist auch eine geile Karre, ey. Schon ein schnickert Stückchen. Automobil. Ich muss sagen, die Geschichte kann echt einiges. Aber dadurch, dass man natürlich, oder dass ich das halt mache, weil ich auch dem... Ich habe halt Bock, das auch zu machen. Das ist das Problem. Diese Nebensachen, außer die Fixeraufträge. Das, ich weiß nicht, die fixen mich nicht an. Aber, ähm... Aiden, es könnte ein Problem geben. Ich empfange eine Menge der Rede. Über Raymond Kenny. Das ist seltsam. Ich dachte, der wäre ein Jahr nicht aufgetaucht. Wir haben wohl jemanden alarmiert, als ich Raymond-Signal entdeckte. Na, dann werden wir also erwartet. Okay. Geil. Ähm, ich habe einfach Bock, das zu machen irgendwie. Darunter muss man dann... Müsst ihr dann leiden, sozusagen. Mehr oder weniger. Aber das passt schon. Ah, hier haben wir noch ganz viele andere, ne? Ein Techniker, schätze ich. Ich glaube, die wollen was von den Computern. So ein lahmer Auftrag. Sehe die Ticken bei der Bezahlung... Mal ganz kurz gucken. Was für eine Müllkippe. Hier war doch seit Monaten nicht nachlassen. Fuck. Das Blöde ist... Ich glaube, die sind im Haus. Ich kann natürlich jetzt versuchen, mich vorbeizuschleichen. Alter, komm, Alter. Dieser... Verkackte... Das hat überhaupt nichts gebracht, dieser Scheiß. Das nervt total. Immer diese kleinen Pisslecks, ey. So. Und nun? Die Frage ist, was soll ich jetzt hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Soll ich hier die Leute töten? Oder nicht? Aber... Ach, scheiße, er ist nicht tot. So gut. Doch, er ist tot. Feuerwerk! Ja. Oh, Mann. Das ist wie früher hochgegangen, ich bin der Scheiß. Oh, fuck. Jetzt habe ich mich selbst erwischt. Das ist ja blöd. Ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung, was ich hier machen soll, ey. Ich töte die jetzt alle. Aber was soll ich denn hier machen mit dem? Hm. Keine Ahnung. Deswegen. Alle töten. Ich habe nämlich... Oh, fuck, 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 fuck. Ach, das ist doch scheiße. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich mit dem tun soll. Ohne was, ne? Los in Deckung! Ach, wie er lacht. Ach, das finde ich super. Der hat wenigstens noch Spaß dabei. So, mein Freund, komm mal hoch. Ja, nee, nee, du musst schon hochkommen. Wenn du da unten bist, ist das blöd. So. Und jetzt? Scheiße. Ähm, welchen Computer? Anscheinend gibt es hier einen Computer. Interessant. Dann wollen wir mal. Boah, leck mich am Arsch, ey. Neueste Technik. Steht bei mir auch um so'n Teil. Wow. Sehr old school. Kein Wunder, dass die Cops den Club nicht klein kriegen. Hm. La, 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 la. La, la, la. Clara. Er ist online. Okay. Die Außenruhe. Den holen wir hoch. Alter. Das war mal eine gut platzierte Granate, würde ich behaupten. Alter, die kann ich gar nicht so weit werfen, ne? Das ist doof. Der ist aber tot. Und der ist auch tot. Funktioniert. Detroit. Pensacola. Montreal. New York. Upsa. So. Moment, halt. Schrapp auf, Pui. Ich glaub, das kann ich so weit werfen. Ich könnte da hinten auch einfach... Ne, da kann ich leider keine mehr hinschmeißen, weil ich keine mehr habe. Oh Mann, das nervt. Nachladen könnte ich mal. Du, das... Ne. Das lässt du mal schön bleiben, mein Freund. Bist du verrückt? Schmeißen. Wo kommen wir denn dann, wenn du Granate schmeißt? Ach, jetzt kommt. Scheiße. Fuck. Das ist gar nicht so leicht, äh, muss ich sagen, hier, ne? Zu machen. Komm schon. Wir sind fertig. Oh yeah. So, dann muss ich alle Fixer töten und dann bin ich fertig, oder wat? Läuft. Ach, scheiße. So. Mit mir Headshot. Fertig. Pawnee. Pawnee. Was Besseres ist dir nicht eingefallen, Ray? Pawnee. Ich lösche die Festplatte besser. Keiner sonst darf Kenny aufspüren. Ach, wir müssen die auch nochmal benutzen, weil wir sie ja löschen müssen. Alles klar, Junge, machen wir. Pawnee. Das bedeutet... Ich glaube, ihr wisst, was das bedeutet. Wir werden erstmal ein bisschen Sightseeing im Pawnee machen. Scheiße, er haut ab. Er hat Infos zu kennen. Ich kann nicht riskieren, dass er entkommt. Äh. Ja, nie. Ist... Klar. Ist... Klar. Nein, bobe. Schmitten Feuerwehrwagen. Ich habe hier noch nicht mal ein Stück normales Auto, Junge. Moment, doch. Wir haben schon eins. Komm schon. Wir haben schon. Wir haben schon. Warte los. Ist dir... Zeit? Die haben wir nämlich. So. Ich muss eigentlich nur eine Ampel auslösen. Oder halt so ein Dampf... Dampfröhrchen. Weil ich gar nicht weiß, ob der nicht auch hacken kann. Vielleicht haben die das ja auch drauf. Ist natürlich jetzt blöd. Da wäre mein Vorteil ja weg. Das Schwere, ziemlich blöd. Ich glaube, das macht dem irgendwie nichts aus. Okay, was mache ich denn jetzt? Das ist ein fucking Feuerwehrwagen. Das ist ein fucking Feuerwehrwagen. Achtung, es gibt eine Hochgeschwindigkeitsverfolgung im laufenden Verkehr. Ach so. Ein LKW ist involviert. Wir brauchen Einheiten vor Ort. Das ist kein LKW. Das ist ein fucking Feuerwehrauto. Da ist noch ein anderes Feuerwehrauto. Sie machen Liebe. Oh mein Gott. Oh, fuck. Aber warte mal. Ich glaube, da hinten... ...fühlt die Straße ja wieder zusammen, ne? Gib Gummi... Moment, hier gibt es ein technisches Problem mit dem CDOS-Scan. Die brauchen mich gar nicht erst anfangen zu suchen, die kleinen Pinker... äh, Pinker, die kleinen Pisser. Ein paar davon habe ich noch. Ich glaube, wir haben einen quasi im CDOS-Scan. Bitte warten. Scheiße, ich muss irgendwie auf die andere... Alter, wenn der jetzt irgendwo runterfährt, habe ich voll das Problem. An der Anzeige der CDOS-Scan war ohne Ergebnis. Der ist weg. Geh... Weg hier. So. Ich will wieder auf die Scheiße rauf. Oh oh. Das war nicht gut. Der ist abgefahren. Das bedeutet nämlich, dass ich das jetzt auch tun muss. Ich glaube, ich verkack das nämlich jetzt genau deswegen. Nein, der fährt weiter, der Arsch. Der hat mich voll verarscht. Oh, der Wichser, ey. Voll genatzt, der kleine Pisser. Der fährt halt an der Arsch. Na, dann ist er noch gut. Dann komme ich ja noch hinterher. Mit dem Feuerwehrwagen. Dann hängt er mich ab, leckt mich an der Nuss, ey. Ohne Witsch, ne? Ich frage mich nur, wie soll ich den bitte ausschalten? Der hat einen fucking Feuerwehrwagen. Ich wiederhole es auch gern noch 15.000 Mal. Dann ist er einfach durchgefahren. Das hat ihn irgendwie nicht so sonderlich interessiert. So, Fahrzeug neutralisiert. Jetzt kommt er ran. Wie war das? Bam. 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 Da ist aber einiges gerade kaputt gegangen, ey. Meine Fresse. Tja, ich würde mal sagen, ab nach Pawnee. Dann, ne, wenn es soweit ist. Junge, 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 Junge. Boah, meine Fresse. Ich finde, was es gibt. Ein Grund für sein Abtauchen. Ja, er legte sich mit Blum an, hat alles veröffentlicht. Damit kann ich arbeiten. Willst du ihm etwa drohen? Nein. Whistleblower wollen Gerechtigkeit. Vielleicht wartet er nur auf eine Gelegenheit und ich kann ihm eine bieten. Ist das da? Hm. Wie? Leicht. Aber auch nicht. So, da wir jetzt den Whistleblower Mower Hower haben. Oder fast zumindest. Aber die Folge ist auch fast zu Ende. Deswegen würde ich mal behaupten. Ach, guck mal. Das ist sogar hier vor der Toten ist. Das ist ja interessant. Cool. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir fahren dahin. In der nächsten Folge. Beziehungsweise, ich fahre da schon mal hin. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch. Bis dahin haut rein. Ich denke, wir werden erstmal ein bisschen Sightseeing machen. Aber das müssten noch zwölf sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Läuft. Ne? Läuft. Wenn wir das nämlich gemacht haben, haben wir das komplett. Und dann gehen wir mal zu dem guten Whistleblower. Dem kleinen Motherfucker. Oh yeah. Aber bis dahin haben wir noch zwei Tage Zeit. Also morgen kommt dann wahrscheinlich so ein bisschen Sightseeing den Rest. Und dann kriegen wir nochmal einen Telefonanruf. Hallo Partner. Ich habe gerade mit Niki geredet. Freches Mädchen. Fass sie an. Und ich brech dir das Genick. Ihr seid wirklich Geschwister. Sie ist auch so ein Hitzkopf wie du. Warum rufst du an? Sie hat gefragt, ob du sie abholen kommst. Und ich sagte, ich frage nach. Ich habe jemanden, der die Daten entschlüsseln kann. Ich bin ganz ohr. Er heißt Raymond Kenney, ehemaliger CTOS-Entwickler. Er ist in Porni. Ich fahre gerade hin. Na, das sind Neuigkeiten. Aber ich muss leider mein Veto einlegen. Welches Veto? Es ist seine Verschlüsselung. Aber Raymond Kenney ist auch ein Whistleblower. Er wird die schönen Daten nehmen und an die gottverdammte Presse weiterleiten. Und was sind Geheimnisse, die in den Nachrichten erscheinen? Ich bin wertlos. Ich warme dich. Finde einen anderen Weg. Es gibt keinen anderen. Ich soll das erledigen. Also halte ich raus. Lass mich machen. Wir machen das schon. In der nächsten Folge. Und so. Er will an das Erpresser-Material. Was spielt da für ein Spiel? Wie lautet sein Plan? Okay, das darf mich nicht ablenken. Kenney ist die Antwort. Er wird mir bei der Entschlüsselung helfen. Und ich bringe Niki in Sicherheit. So. Und ich bringe diese Folge jetzt zu Ende. Vielen Dank, Aiden. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ok, Aiden. So. ie Untertitelung des ZDF, 2020